Hallo, schön seid ihr wieder in diesem neuen Video von AJ. Herzlich Willkommen. Ihr Kanal ist sehr neu, aber bei ihrem ersten Video, also heute Morgen, da hat sie die Familie Weiß gezeigt. Seht euch doch das mal an. Ich sage euch gleich den Link. Ihr müsst einfach in der Suchmaschine Familie Weiß im Supermarkt eingeben. Und vielleicht noch hinten rein? AJ. Dann findet ihr die Videos. Ab geht's. Schatz, darf ich heute das Essen machen? Na klar. Aber du musst es gut machen. Alles klar, natürlich. Mama, wo ist Marie? Sie ist oben. Darf ich mal gucken gehen? Aber natürlich. Aber natürlich. Marie, was ist denn? Ich mache gerade Hausaufgaben. Marie, können wir vielleicht einen Ausritt machen? Oh ja, das ist toll. Aber fragst du erst Mama. Mama. Okay. Ich gehe kurz fragen. Du kannst noch kurz. Oder nein? Geh die schon mal umziehen, okay? Super Idee. Bob kommt endlich. Warte, ich muss doch noch Mama fragen. Mama, dürfen wir vielleicht im Ausreiten gehen? Na gut. Aber nachher macht ihr unbedingt die Hausaufgaben. Alles klar. Los geht's. Bob kommt. Ich muss dich ja noch umziehen. Na dann mal los. Tschüss Mom. Tschüss Dad. Viel Spaß Kinder. Tschüss. Tschüss Mom. Tschüss Dad. Gehen wir die Pferde holen? Ja. Mom. Dann kann ich ja noch sagen, los geht's. Und ja. Bob, wo bist du? Hier. Und los. Wer zuerst beim Park ist? Nein. Aua. Aua, ich bin vom Pferd gefallen. Nein, ist irgendetwas passiert. Nein, nein, schon gut. Warte. So, schon bin ich wieder auf dem Pferd. Also, beim Park. Wir sehen hier. Guck mal, da ist unsere Haltperson. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag Kinder. Was macht ihr denn da? Wir sind auf Aufreiten. Das ist ja toll. So. Oh, ich glaube, wir müssen wieder zurück, Marie. Osterhasen. Was? Du hast einen Osterhasen gesehen? Nein, drei. Drei Osterhasen? Ja. Ja, doch, Mami. Guten Tag, Herr Osterhase. Wie geht's Ihnen? Mir geht's super. Guten Tag. Ähm. Hallo. Wer sind die Kinder von den Osterhasen? Oh, hallo. Aber wir müssen wieder nach Hause. Dann viel Spaß. Was wollt ihr denn zu Ostern? Ähm. Na, ich möchte eine Mäofahrenflosse. Uiuiui. Gucken wir mal. Tschüss. Bis Ostern. Also, los geht's. Schon sind wir wieder auf dem Pferden. Pia. 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 Wir sind heute uns gewöhnt. Gewöhnt an allen. Wollen. Na, bis hier. Boah, das war ein spannender Ausfitt. Ziehen wir uns noch kurz um und da können wir uns schon verabschieden. Warum verabschieden? Na, weil das Video zu Ende ist. Ja. Perfekt. Also, bis später. So, das wäre schon mal geschafft. Mama, Papa, kommt ihr auch noch Tschüss sagen? Also, viel Spaß, Leute. Beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst einen großen Daumen hoch. Eure Familie Weiß. Bis bald.